Sie sehen aus Sicherheitsgründen hier in Gefängnisstube aus. Bayern braucht wieder einen König. Für die Arbeitsbescheinigung gemäß Paragraf 133. Er ist heute in Begleitung eines amerikanischen Fernsehteams, das einen Film über Bayern dreht. Ein besonders herzliches Grüß Gott unseren amerikanischen Freunden. Heuer am 11. Juni sollen wir uns einfinden auf den Wiesen vor unseren Städten, um den Weltuntergang zu erwarten. Schon wieder das Mikro im Bild, immer der Dohli dreht aus. Urlaub, man, wir kriegen das schon hin. Das Formular für die Erdenerfassung. Antrag auf Arbeitslosengeld. Wussten Sie, dass er einen illegalen Sender betreibt? Die Erklärung des Antragstellers zur Lösung des Arbeitslosengeldes. Arbeitsverhältnisses und ein Merkblatt über ihre Rechte und Pflichten. Algo, wie hätten wir es denn? Ja, jeder ist so lustig und alle sind dabei. Es ist heute wieder sehr interessant. Nur beim letzten Mal, da war die Luft ein bisschen besser. Es war recht angenehm. Ha, werden wir froh. Ha, wenn ich es heute nicht dabei, da bin ich eh froh. Ha, wenn ich es heute nicht dabei, da bin ich eh froh. Ha, wenn ich es heute nicht dabei, da bin ich eh froh. Ha, wenn ich es heute nicht dabei, da bin ich eh froh. Ha, es holders nicht da, da bin ich, eh froh. Und ich lasse dich, ha, wenn ich es heute nicht dabei. Und ich bin ehrlich, da bin ich aber höh. Denn bei mir ist es echt Native which Man ab. Und ich freue mich noch mal wieder und ich repent, Und ich allied nicht dabei.